Moodle Lernraum – gerechte Verteilung Mit der Aktivität gerechte Verteilung können zum Beispiel Projektthemen, Aufgaben oder auch Praktikatermine auf im Moodle-Kurs eingeschriebene TeilnehmerInnen gerecht verteilt werden. Dabei gibt es fünf verschiedene Arten, mit welcher Abstimmungsstrategie man die Studierenden ihre Präferenzen angeben lässt. Ich zeige hier nacheinander die fünf Möglichkeiten aus Studierendenperspektive. Die Abstimmungsstrategie akzeptieren, ablehnen. Im Beispiel sind vier Projektthemen zu verteilen. Jedes Projektthema kann von maximal zwei Studierenden bearbeitet werden. Mein Beispielstudent kann jeweils ein Thema akzeptieren oder eben ablehnen. Er darf aber maximal drei Ablehnungen verteilen. Nach der Abstimmung sieht er in grün, dass er abgestimmt hat und darunter nochmal die Eckdaten der Aktivität, also wann die Abstimmung endet, wie viel Zeit noch bleibt und wann die Ergebnisse voraussichtlich veröffentlicht werden, sowie seine eigene Abstimmung. Abstimmungsstrategie Likert-Skala Mit der Likert-Skala kann für jede Wahlmöglichkeit eine Präferenz angegeben werden, wobei die Darstellung über Zahlen erfolgt. Null bedeutet hier im Beispiel Ablehnung, vier starke Präferenz. Man kann die Skala auch anders konfigurieren, zum Beispiel als siebenstufige Skala. Die Studierenden geben dann auf der Skala für jede Wahlmöglichkeit ihre Präferenz an. Ein Verteilungsalgorithmus verteilt die Projekte dann möglichst passend zu den Präferenzen. Abstimmungsstrategie Punkte verteilen Über das Verteilen von Punkten können Studierende ebenfalls Präferenzen abbilden. In dem Beispiel können insgesamt 100 Punkte auf verschiedene Wahlmöglichkeiten verteilt werden. Über eine Korrekturschleife wird dem Studenten mitgeteilt, wenn er nur nicht alle Punkte verteilt hat, sodass er das nachholen kann. Abstimmungsstrategie Reihenfolge Hier kann mein Teststudent über ein Dropdown-Feld jeweils eingeben, welches der vier angebotenen Projekte seine erste und welches seine zweite Wahl ist. In der Konfiguration ist es auch möglich, dass man mehr als nur die erste und die zweite Wahl zulässt. Abstimmungsstrategie Ankreuzen Und schließlich kann man durch Ankreuzen Präferenzen abfragen. In dem Beispiel würde der Student die Kreuze aus den Optionen entfernen, die er nicht wählen möchte. Auch hier ist in der Konfiguration ein Minimum, in dem Fall von mindestens drei zu akzeptierenden Wahlmöglichkeiten vorgesehen. Und so sieht die Konfiguration der Aktivität aus der Lehrendenperspektive aus. Wie üblich legt man die Aktivität an und gibt ihr einen Namen. Man bestimmt die Abstimmungsstrategie, ich wähle hier für das Beispiel einmal Reihenfolge angeben, bei der man eine erste und eine zweite Wahl treffen kann. Nun definiert man, wann die Abstimmung startet und wann sie endet. Zu Demozwecken setze ich die Zeit jetzt nur auf wenige Minuten. Das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum ist ein Datum, welches den Studierenden angezeigt wird. Allerdings wird die Veröffentlichung in jedem Fall manuell angestoßen, also kann auch durchaus davon noch abweichen. Bei den strategiespezifischen Einstellungen kann ich dann, je nachdem, welche Abstimmungsstrategie ich gewählt habe, noch einige Konfigurationen anpassen. In meinem Beispiel lasse ich die Zahl, über die die Studierenden abstimmen können, auf zwei. Das bedeutet, Sie haben eine erste und eine zweite Wahl. Nach Speichern und Anzeigen habe ich dann zunächst einmal nur die Hülle der Aktivität gebastelt. Im nächsten Schritt trage ich die Wahlmöglichkeiten hinzu. Neben einem Titel gebe ich hier auch eine maximale Anzahl von TeilnehmerInnen ein. Das ist ein Mussfeld. Mit Speichern und Weiter kann ich weitere Wahlmöglichkeiten ergänzen. Ich ergänze hier im Beispiel noch zwei weitere Themen. Mit Änderungen speichern gelange ich zu der Übersicht über alle Wahlmöglichkeiten und hier kann ich noch einmal kontrollieren, ob ich alles richtig eingetragen habe oder eben auch Verbesserungen vornehmen. Sobald die Abstimmung gestartet hat, können meine Studierenden dann ihre Wahl treffen. Über Auswahl treffen kann ich dann mittels Drag-and-Drop-Feldern jeweils eine erste und eine zweite Wahl treffen. Bei den verfügbaren Wahlmöglichkeiten wird mir angezeigt, wie viele TeilnehmerInnen maximal pro Wahlmöglichkeit zulässig sind. Über Änderungen speichern bestätige ich meine Auswahl und gelange wieder zurück zur Übersichtsseite. Aus der Perspektive der Lehrenden sehe ich, nachdem das Abstimmungsende vorbei ist, dass die Verteilungen bereits erstellt wurden. Das liegt einfach daran, dass ich den Haken bei automatischer Verteilung nach einer der Abstimmungsphase drin gelassen habe. Das heißt, die Verteilung erfolgt eben automatisch. Ich kann mir unter Berichte die Abstimmungen und Verteilungen anzeigen lassen. Hier sehe ich dann, wer welche Wahl getroffen hat und auch ob der Wunsch vom Algorithmus erfüllt werden konnte. Das zeigt der grüne Haken. Ich könnte nun den Verteilungsalgorithmus auch erneut anstoßen oder über Formular für manuelle Verteilung auch Änderungen händisch durchführen. Normalerweise möchte ich aber ja gerade die möglichst gerechte Verteilung nutzen, die der Algorithmus für mich errechnet hat. Deshalb breche ich hier ab und klicke auf Verteilung veröffentlichen. Mein Student sieht dann, welcher Gruppe er zugeordnet wurde.